Guck mal, Mom, was ist das große Haus? Das ist das Bremer Rathaus. Oh, geil! Sieh mal, Papa, da ist ein Fotografier. Und schau mal, da ist ein Kater, da kommt auch ein Hund und ein Hurt und Esel. Ja, das ist das Bremen Stadtmusikant. Oh nein, wir werden heute noch fotografiert. Mir ist langweilig hier. Na komm schon, Leute sind doch nett. Es wird langsam kalt, wir müssen nach Hause fahren. Na los, wir fahren jetzt. Tschüss!